Ich brauche mich zu fassen. Ich brauche mich zu fassen. Ich brauche mich zu fassen. Jetzt geht es um Fotoshooting. Ghetto ist das Motto. Ich freue mich voll drauf mit John Sullivan. John Sullivan. Philipp. Findest du es nicht irgendwie fies, dass sich viele sich gefreut haben und du jetzt hier im Shooting? Das ist das Leben. Ich sage es so wie es ist. Fressen und gefressen werden. Ganz einfach ist das Motto. Entweder du bist in oder du bist out. Und ich bin momentan voll in. Nein! Das geht nicht mal aus. Okay. Ja, das dann macht man. Das, ne? Zieh mal hier in dein Bruder. Nein. Warum das? Weil dein Bruder zu schwer ist. Nochmal. Und bitte. Ich wollte schon immer ein Mordgebäder drehen, doch wollte es von dir einfach ein Kuntus zu geben. Das Gäse hört sich je im Moment ein bisschen aus. Gut. Was? Gayer gehts nicht? Gayer gehts nicht. Brust! Und bitte. Jetzt mach mal rein. Ja, dotzer halt. Auf geht's. Ach, du bist dein Schatzkirch. Boah! Was machst du? Ich hab mich von dir weggedrissen. Ja, Tisi, du sollst aber den Philipp weg, nicht dich selbst wegschubsen. Ich war so nah gestanden, ich muss es nicht mehr. Ach, du bist dein Schatzkirch. Wow! Fuck! Hallo! Das ist wieder nett, ey. Ah, shit. Was, ich doch gar nicht nass gemacht. Sollen wir deine Boxershot sehen? Nee, wir nehmen nur den ersten Tor. Okay. Mach mal an. Na bitte. Onomatopoesie meinst du? Du weißt ja der Schlechte. Der Schlechte. Bitte. Jetzt hast du es drauf, Philipp. Du kennst ihn alle... Jetzt hast du es drauf, Philipp. Du kennst ihn alle... Philipp war schon wieder falsch. Du weißt ja der Schlechte. Und... Bitte. Jetzt hast du es drauf, Philipp. Du kennst ihn alle Geheimnisse, dass... Musik ist. Bitte. Hatschi! Hatschi! Du musst deine Hand lassen. Du musst deine Hand geben uns. Tisi! In der Wasser! Ja, aber hör doch, Mann! Ich meine Hand an das. Ich bin zwar ein Pimp, aber ich mag sowas nicht. Okay, jetzt. Ich habe noch deine Fotokamera, ne? Ja, die steht, die ist da. Komm, gib mir Gangster. Echte Gangster tragen echten Pelz, oder? Nein, komm. Ich bin gegen Pelz. Aber du hast vielleicht einen Anzug. Nee, es ist Kunst. Mach so. Du kannst weiter, 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 du kannst noch. Weiter, 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 weiter. Weiter. Was? Weiter. Da kommt mir die Perspektive aus.